Joa, jetzt bin ich wieder hier, wa? Ah ja, okay, alles klar. Wait, das heißt, wir haben noch einen ganzen Dungeon vor uns? Das müsste jetzt das Letzte sein, das ich brauche, oder? Alright, es ist endlich soweit. Wir haben alle vier Dungeons. Und jetzt geht's zurück zu Hyrule Castle oder sowas? Ich hab keine Ahnung, ob jetzt das Finale kommt. Oder ob nochmal irgendeine Art Dungeon kommt. Und ich hab keine Ahnung. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Na, da haben wir dich doch. Hurra. Na, look who it is. Ab zum Castle, I guess. Regional Phenomena, complete. Ja, let's go. Aber wir haben jetzt eine neue Mission, I guess. Mensch, das wäre ein geiler Cliffhanger gewesen für die letzte Folge jetzt. Shit. Das Ding ist halt aber auch, wenn wir jetzt wirklich den Final Boss machen, was ich immer noch nicht weiß, ob das wirklich passieren wird, bin ich dafür überhaupt ready? Ich mein, wir haben ja letztes Mal ja schon mal unten diesen komischen Keller, sag ich mal, gesehen. Und ich hab keine Ahnung, ob ich dafür ready gewesen wäre. Ich hab's noch nicht so das Gefühl, um ehrlich zu sein. Aber ich gäbe sich was zu probieren. Joa, jetzt bin ich wieder hier, wa? Bei mir sieht das nicht so unrealistisch hoch aus. Kann ich nicht einfach so einen heißen Ballon verwenden oder sowas? Link. Äh. Nein! Oh Gott. Geh da ran. Okay, okay, okay. Ich glaub, ich schaff's. Aber wirklich knapp. Holy shit. Ah, guck mal, da ist er ja. Ich glaub, es ist einfach eine Fake-Out, kann das sein? Ah. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Ich hab mit einem gerechnet, aber nicht mit dem. Holy shit. Er hat mich nicht erwischt. Ich war zu klein für ihn. Uh. Ich hab mehr Heal-Items. Okay, it's down, it's down, it's down. Okay, es ist schon praktisch, dass ich halt ein ganzes Team habe, das mir hier hilft. Aber das macht den nicht weniger creepy. Ah, guck mal, da ist Zelda. Nimm's zu. Ah, ja. Okay, alles klar. Ich glaub, ich hab tatsächlich noch gar keinen... Hab ich schon einen Heal-Ox? Ja, ja, stimmt. In der zweiten Folge. Okay, jetzt voll ins Reihen. Der hat nicht mal viel. Okay, ich hab so ein bisschen das Gefühl, die möchten hier einen so auf sich vorbereiten, dass man auf jeden Fall starke Waffen hat für den Final Boss. Kacke, das sind, glaub ich, richtig stronge Viecher, Alter. Yo, 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 yo. So, du bist der Letzte, komm jetzt ran hier. Meine Fresse. Royal Guard Cap. Interessant. Ist ja das stärkste, was ich hab. Dann gönne ich mir das doch auch gleich. Es passiert. Wir gehen zum Final... Ich sag die ganze Zeit Final Boss, aber... Wir gehen auf jeden Fall hier in diese Area, wo der Final Boss mal war im BOTW. Oh, ich weiß nicht, ob ich bereit bin dafür. Hey, ist die echte? Ähm... Ah. Look who it is. Phantom Ganon. Äh, okay, ist nicht nur einer. Oh, Flurrush. Ich hab den einfach bekommen. Muss ich alle? Ne, ich muss echt alle besiegen davon. Das Ding kann Warpen. Das Ding kann Warpen. Hey! Au, 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 okay. Okay, das macht weniger Damage, als ich gewartet hab. Das ist ein gutes Zeichen. Okay, also die Hälfte ist erreicht, I guess. Komm, die Hände jetzt nochmal füllen. Sag mir, ich bin nicht, die Hände kommen jetzt. Also alles, nur die Hände nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da passiert gerade. Okay, das war jetzt mein erster Versuch. Okay, ich wurde in der ersten Hälfte jetzt nur einmal erwischt tatsächlich. Und ich hab noch keine Herzen verloren. Ah, jetzt ist es vorbei. Ich hab... Aber ich hab so viel Leben verloren. Und die Herzen krieg ich jetzt safe auch nicht mehr wieder. An sich ist der Boss jetzt echt nicht schwer. Wahrscheinlich auch nur wieder die erste Phase von 4, so wie in BOTW. Wow, okay, dafür hat's jetzt ernsthaft... Das ist echt... Also, vorbei? Also, ich hab ehrlich gesagt erwartet, dass da noch ein Fight kommt. Das ist jetzt überraschend. Da haben wir den Herzcontainer. Okay, krass. There was one more Sage back then. Ja, aber wer? Da ist Zelda. Und du? Each of you awakened a Sage at rooms from the age of letters, right? Maybe the remaining Sage is in a similar location. Oh, jetzt heißt es, wir haben noch einen ganzen Dungeon vor uns. Find the fifth... Fifth, fifth, fifth... Stage. Sage. Okay. Und wie soll ich das jetzt einfach auch spontan tun? Also, ich war jetzt bei zwei von den Wächtern. Und ich würde jetzt eigentlich gern zu den Kukiris gehen. Oder zu den Kroks würde ich gehen. Aber... Okay, es sind eine Insel, die sich hier ergänzen. Entschuldigung. Aber ich gehe da mal zuerst hin. Und guck mal, was das da ist. Ey! Oh, was geht? Oh, interesting. Es geht in das Loch da rein. Moin, Leute. How's it going? Okay, das weiß, dass ich da bin tatsächlich. Oh, da ist das ein Jäger? Da ist ein Jäger. Was hat er jetzt hier? Jäger ist gemelkt. Okay. Large crystallized charge. Oh, das ganze Jägerzeug ist auch nochmal so ein Thema für sich, ne? Tunic of the Wind? Habe ich jetzt einfach hier gerade gefunden? Ich habe die Windwake? Das Windwaker-Outfit habe ich gefunden? Ich dachte, du brauchst die Amiibos dafür. Ich habe einfach das Windwaker-Suit. Let's go! Okay, gehen wir jetzt aber eigentlich dem nochmal nach, was ich eigentlich gerade vorhatte. Okay, werde ich jetzt einfach zurückgesetzt, wenn ich hier von oben reinfalle. Direkt auf das Ding hier drauf. Oder? Warum sieht das hier so sick aus? Ihhh! Als ob ich dann wieder hier oben bin. Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht mehr, wie das hier geht in Lost Woods. Ich weiß aber auch nicht, ob es sich geändert hat. No matter which way I enter, the fog comes and gets me and then I'm right back at the beginning. Was? Selbst ein Krog kommt nicht mehr durch? Oh Gott. I did hear that a big hole opened up in Minchy Woods. Kind of scary. Okay, guck mal, was hier unten ist. Ich kann eigentlich noch weitermachen. Ich bin mir sicher, das ist doch auch alles hier falsch, was ich hier mache. Ich würde gerne wissen, wie ich zum Dungeon gehe. So, I guess, wir können jetzt hier hoch, oder? Zack. Und dann kommen wir wahrscheinlich mit dem Dekobomb raus oder sowas. Ich bin irgendwo angekommen. Ah, cool. Geh wieder runter ins Kaisern. Heute ganz schön viel Kaisern los, wa? Wenn ich es richtig sehe, sind wir wieder in... Die Hände, ha? I guess, das ist das erste Mal, dass ich die Hände jetzt bekämpfe. Also ich meine, ich werde es schaffen, aber es will nicht gut enden. Ich habe nicht so viele Leben. Hier, es sind alle down, oder? Phantom Ganon? Ein Phantom Ganon! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warte, ich bin nicht voll, ich komme nicht mehr, ich bin nicht mehr im Modus. Okay, got him, got him, got him. Habe ich den Dekobomb befreit, wie in O.T.? Sieht so aus, gell? Also wenn mir irgendjemand was sagen kann, wie bei irgendeinem geheimen fünften Dungeon, dann muss es wahrscheinlich der Dekobomb sein. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Anyways, wir haben auf jeden Fall das Master Sword nicht mehr. Was ist denn jetzt Lage? It would seem that you no longer wielded. Where is it gone? Yet I can sense it even now. Da random, da rechts in Lendairo? Meines war irgendwo in der... Was bewegt sich? Ich glaube, ich brauche nicht wieder eine gewisse Anzahl an Leben, aber inzwischen habe ich ein bisschen was. Was ist der Drache da? Dragon? Hau sie go on? Hi. Okay, ich muss es mal nehmen, ne? Ich halte es fest. Achso, du brauchst Energie. Habe ich genug Energie gekommen, bitte. Ich habe jetzt extra viel in den Herzen reingesteckt, ehrlich gesagt. Das reicht nicht. Das reicht knapp nicht. Das ist dein Ernst. Okay, Planänderung. Ich hole jetzt einfach vier oder acht, je nachdem, wie ich brauche von diesen Dingern. Das müsste jetzt das Letzte sein, dass ich brauche, oder? Boah, das hat jetzt, das hat jetzt, glaube ich, eine Stunde gedauert, wenn ich sogar länger. Holen wir uns das Drecks Master Sword. So, gib nochmal her. Ich würde das jetzt gerne mal haben. Bruder, es ist echt knapp, aber es hat gereicht. Let's go! Ist es doch, ist es doch voll, voll ins Heal? Nicht so ganz, aber es sieht trotzdem sick aus. Boah, dieser Sound, Alter, gibt mir jedes Mal Gänsehaut, Alter. Ah, sind wir wieder da oben, hm? Master Sword, let's go! Aber kann das, kann das jetzt immer noch kaputt gehen? Anyways, ähm, ich würde sagen, wir finden nächstes Mal heraus, wie wir zu dem finalen Dungeon kommen, wie auch immer das ablaufen wird. Ich habe auch keinen Ansatz, wie es weitergeht, also vielleicht suche ich das auch einfach mal nach bis zum nächsten Mal. I don't know. Ich verabschiede mich, bye, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und natürlich lassen Leid da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.